Die Kameras immer teurer werden, immer hochwertiger werden, sich mehr konzentrieren auf wirkliche Profis, die da den ganzen Tag mit arbeiten und auf der anderen Seite auch auf Liebhaber, Enthusiasten und die Smartphone-Fotografie, also Kameras im Smartphone, das wird der Renner sein in den nächsten Jahren. In fünf Jahren werden die ziemlich viel verändern. Vielen Dank.